Hallo und herzlich willkommen bei Nakabaka und wir spielen hier weiter Megaman Zero 1. Kurz vergessen was ich hier spiele. So, wir haben letztens den Totara-Boss besiegt oder den ersten Boss halt und gehen jetzt weiter. Willkommen zu unserer Resistenz-Boss Zero. Das ist deren Base also. Und wir sind jetzt hier wo die Verletzten hier behalten werden und wir sehen, hier haben wir unsere Arme nicht mehr. Und ich scheiß einfach auf die Story die ganze Zeit. Ich liess zwar, aber ich will eher durchspielen. Ich weiß, dass die glaube ich von jemandem überramtelt werden, also so diktaturmäßig. Also diese Politik-Diktatur, einer herrscht und alle folgen nehmen. Und hier gibt es die Rebellion. Ihr könnt ja lesen, was da steht. Und wie es aussieht, haben wir auch vor 100 Jahren schon mal gekämpft und die Welt gerettet mit dem X zusammen. Und erklären jetzt, was das ist. Okay, Sabios, okay, no way. Was passiert, wenn ich eigentlich no way drücke? Das interessiert mich mal. Ah, dann können wir hier erkunden. Sagt halt wieder das gleiche die ganze Zeit. Ah ja, der Speicher. Wie tue ich das? So, wir müssen jetzt unser Kamaden retten. Du Mistkerl. Geh ich runter oder runter? Oben. Not that way. Boah, lass mich doch mal anschauen, was hier alles gibt. Oh Mistkerl. Ich mach jetzt schon die Anfängerfehler. Geht's noch? Geht's noch? Ja, ich hab nicht so... Alter! Wie kann ich weiter springen? Warte mal. Ach so, sag doch gleich, dass ich so springen kann. So. Nein! Nein! Uff, scheiß. Es geht hin. Das sagt mir eh alle. Vielleicht sollte ich anders spielen. Nicht so. Fick dich. Jetzt weiß ich ungefähr wo die Teile kommen wollte ich sagen und dann werde ich getroffen. Ha! Hab dich besiegt. Ha! Au! Nein! Ich bin mir da runter gefahren. Hä! Wo komm da her? Ach so. Alter! Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Nein! Hä! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Geh nach oben! Ich will nach oben! Fick dich! Ha! Komm schon! Weh, ich flieg runter! Weh, ich flieg runter! Lehm ist verschwunden! Nein! Ich bin nach oben! Der kann fliegen! Ich werde sterben! Ich bin nach oben! Hey! Was ist das da? Okay, oh fuck Ich will nicht sterben Danke Falsche Taste Ich muss mich hier bei... Ich bin bei jedem Scheiß hier getroffen Oh fuck Hier bin ich Buzzer Shot Skill Up You can no shot here Warte, da gab es hier irgendwas Ist mein Schwert stärker als das? Mein Schwert ist stärker Aber wisst ihr was? Ich habe Angst, ich brauche Leben Oh nö, ich bin doch sehr weit gekommen Jetzt muss ich von neuem fangen Sag mir nicht ganz mal vor Nö Soll man das schaffen? Ja klar werde ich getroffen Fick dich Hört auf mich zu treffen Jetzt komm schon Ich komm nach oben Erst will ich den da töten Ja, sieh doch, ich sache dich Wieso? Wieso? Ich weiß, hinten war Leben Komm hoch Stirb du Hund Stirb du Hund Ich werde sterben Ich werde sterben Boah Alter Alter, fick dich Ich werde volles Leben Nein! Ich werde sterben 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 Vergessen 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 Ich werde sterben Ich werde sterben War fein Naja, keine Ahnung Oh, hi Ich bin wieder da Wehe, hast du wieder da Wehe Oh, der ist weg Ne, diesmal lass ich mich nicht treffen Von euch Zweine auch nicht Ich kann nicht vorbeispringen, geil Natürlich lass ich mich treffen Das war's wert da getroffen zu werden Dadurch kam ich vorbei Und habe immer noch full life Irgendwo sterbe ich Irgendwo war's, so wo ich sterbe Nein Ich darf nicht so weit springen Ich habe es geschafft Ha! Ich wollte die Hilfe haben. Du hast die Schuhe. Du wirst es erreichen. Okay, ich muss es kaputt schießen. Und geht auch nicht. Okay, das werden wir jetzt schaffen. Wir werden es schaffen. Ich weiß nicht, was für Angriffmuster der hat. You must be some of the garbage. Okay. Okay. Wow! Und dann noch auf Time, ey. Das gibt es doch nicht. Nein, ich will es in diesem Part schaffen. Okay. Okay. Fick dich!